Ein wunderschönen guten Morgen, 8.35 Uhr, der 1. September, mein Name ist Carlos Martitz. Gestern am 31. August 2021, für alle die das Gewinnspiel mitmachen, hatten wir tatsächlich keinen Eröffnungstraight. Wir kamen in keine Big Number mehr rein, wir kamen nicht mehr in eine Wola oder Blue Box rein. Somit ist das jetzt der nächste Trade und wir platzieren den erstmal hier an der Big Number. So, und das bedeutet, bei 15.907, wenn der Kurs wieder zurückkommt, gehen wir Long oder bei 15.892 gehen wir Short. Wir haben ein Gap, eine Kurslücke von bei 15.827. So, jetzt muss ich auch mal die Brille aufsetzen. 27 Zähler und wir sehen gestern Abend ganz, ganz kleine Blue Boxen hier. Dann am frühen Nachmittag oder späten Nachmittag, Entschuldigung, hier zwei wunderbare Blue Boxen, kleine unter 30, die treten wir. Und da sehen wir, gestern Morgen gab es nichts zu holen. Wir haben einen Hedge von vorgestern, der sich jetzt mit 0,5 angehäuft hat. Wir waren gestern bei 0,22. Ja, dieser Hedge, den versuchen wir bei einer Wola Box aufzulösen. Wir sind gestern früh auch nicht in eine Wola Box reingekommen. Gestern Nachmittag gab es denn zum Mittag Abverkauf. Schauen wir mal, wie heute die Wola Box reinkommt. Heute kommt sie rein, oh lala, wieder bei der Big Number. 15.910. Und das bedeutet, wir werden den Eröffnungstraight wahrscheinlich mit einer Wola Box machen, denn wir favorisieren natürlich Wola Box vor Big Number. Der einzige Grund, warum wir bei der Big Number früher jetzt reinkommen, ist die Uhrzeit, denn die Wola Box treten wir ab 9 Uhr. So, das ging jetzt relativ schnell. Wir gehen jetzt einmal in die Tageschart rein und fangen an bei Ethereum, wie die letzten Tage. Ethereum 3.500, also steigt weiter. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Long. Auf Daily Basis sehen wir, das High bei Ethereum lag hier oben, 4.380. So, ich ziehe mal weiter runter und nach Ethereum kommt bei uns ja immer Bitcoin, 47.000, da hat sich nichts verändert. Tagesstrategie Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten Long und 5 Minuten Long. Also auch da eher unentschieden. Nächster Markt in unserer Rubrik hier. Dow Jones. Daily Basis Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Long. S&P 500, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Long. S&P hatten wir, Technologiebörse Nasdaq, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long und Daily All-Time-High gestern gewesen und ein bisschen schwächer. Mal gucken, ob wir weiter Rekordniveau haben. 4 Stunden, Stunde, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also alles Long. Kommen wir zum Öl. Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten. Und der deutsche Index, der DAX sehen wir hier. Wir haben noch kein All-Time-High, hat gestern was gefehlt. Wir sind auf Tagesbasis Long, 4 Stunden Long mit dem Gap hier. Alle Gaps davor sind geschlossen. Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und wir sehen hier für alle Teilnehmer, da ist das Gap, die Kurslücke von gestern Abend zu heute. Das sind DAX-CFD-Kurse und nicht die Xetra-Preise. Aber bei Xetra sieht das ja eh nicht aus, weil Xetra gestern 17.30 auch tiefer war. Also werden die auch heute mit einem Gap eröffnen und wir schauen, ob wir denn das Gap heute Vormittag schließen. Generell, Statistik, sagen viele am ersten Handelstag im neuen Monat, kommen Käufer rein oder müssen Fonds investieren. Schauen wir mal, wie es sich heute verläuft. Es ist Mittwoch, der 1. September 2021 und die erste Falle ist platziert. 15.907 und wir haben bei 15.8, die Wohler-Box kommt rein, bei 10. Und da werden wir dann gleich schauen um 9 Uhr, wie wir dort reinkommen. So, Kim Jun Sen haben wir die letzten Tage vergessen. Ich wechsle jetzt mal in den Club. So. 9 Uhr und wir haben jetzt die Big Number rausgenommen und wir sind jetzt, konzentrieren uns auf, entweder hier oben die 16. Dann nehme ich die Big Number mal rein oder wenn der Kurs schnell zurückkommt, dann haben wir hier die 15.9.10. Da werden wir dann den Hedge auflösen. Es sei denn, er geht direkt jetzt hoch in Richtung 16.000.